Ja? Habt ihr in Jim Knopf schon mal geguckt heute? Ja. Heute näher auch nicht, oder? Das ist Deutschland. Guck mal, der schön wackelt, Zebra. Jetzt raue ich den Stern. Was darf ich denn? Ich habe den kurz. Ja, ein Stempel. Kannst du irgendwo Weihnachtsmusikern laufen, oder was? Guck mal, wie er ist. Wie ein Propeller. Hahaha. Und jetzt brauche ich... Natürlich hier das Brauen. Nein, jetzt brauche ich... Hellbrauen. Hellbrauen. Hellbrauen, Herr Fox. Wo habt ihr denn hier? Hellbrauen. Guck! Geld, 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 Geld. So einfach ist das gar nicht mit dem Hellbrauen. Das ist dunkelbrauen. Ah, ja, 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 ja. Hast du was? Das ist doch dunkelbrauen. Das sieht ja der alte Opa schon. Ja, guck mal. Nein, da kannst du nehmen. Ja, gut. Jetzt muss ich spitzen. Spitzmaus. Spitzmaus. Bist du eine Spitzmaus? Da ist nichts dran. Da ist ein Deckel dran. Ein Deckel? Ja, wer ist das, Papa? So, Deckel. Ich mach das grundsätzlich. Ja, jetzt du eine Dampflocken mal. Guck mal, erst mal Papa eine Dampflocken mal. Guck mal, erst mal Papa eine Dampflocken und dann... Ich bin da drin. Oh, nicht drüber malen. Noch der Popo.